Moin zusammen, jetzt geht es zu dritt in die Maple Lodge und die liebe Selene braucht noch die Tarot-Karten für die Wheatly, deshalb habe ich die aktiviert, damit sie, ja es ist eben 50 Cursed Possessions benutzen und ich denke am besten fährt man mit den Tarot-Karten oder dem Board, weil das Sachen sind, die man öfter nutzen kann. Breakers bei der Rezeption, Aufgaben sehen gut aus. Okay, ich mache dann den Bräcki schon mal an. Oh Mist, das ist ja Heavy Rain, Miling wird nachher im Kampf. Ihr hört ja, wie laut das wieder ist. Kleinen Versteck hier. Ich habe Slendy gefunden, der steht hier wieder im Wald rum. Diesmal am mittleren Platz. Ghost, are you here? Give us a sign. Are you here? Kein Versteck. Ghost, where are you? Give us a sign. Ich habe auf dem linken Platz Licht angemacht, da ist es nicht 100. Ich bin gerade im mittleren, ich habe da auch Licht angemacht und Slendy ist auch hier. Ghost, where are you? Hallo Slendy, wie geht es dir? Gemütlich da hinten. Schlendy. Diesmal ist er nicht am Pier. Nicht am Pier, okay. Okay, gucken wir mal kurz nach hier. Ich gucke hier mal im mittleren Zeltplatz nach dem Knochen. Ich höre natürlich gar nichts wegen dem Regen. Ich mache die Zelte alle wieder zu hier im mittleren Zeltplatz. Wenn nachher eines offen ist, war es der Geist. Ich glaube oben zwei Räume, oben glaube ich auch zwei Räume. Das müsste man mit einem Soundsensor testen, aber wenn sie meistens unten waren, war der dann unten überall und oben gibt es eben das Klo und dieses Schlafzimmer, dieses Dings ist der Bereich. Knochen ist versorgt. Loschen. Loschen. So, ich will das wieder zumachen. Ist der Geist da in der Lodge oder was? Nein, in mich. Achso, okay. Ja, ich habe hier gerade mal in den Zelten überall geguckt. Da ist jetzt kein Knochen. Ich habe extra alle Türen wieder zugemacht, falls der Geist die aufmacht. Achso, den Knochen haben wir schon. Okay, perfekt. Ja, der war hier beim Grauen Zelt. Du hast doch vor Lacken. Warte, komm mal rein. Ah, okay. Der lag genau hier vorne. Jetzt länger geht. Aber wo ist jetzt unser Geister-Kammerat? Oh, dieser Donner, der nervt. Ghost, are you here? Gib was das ein. Habe ich hier nicht Licht angemacht, weil ich rein kann? Ich weiß es nicht mehr. Habe ich? Das war ein Airborne. Ja, von mir. Tragerraum. Ja, könnte aber auch hier vorne sein. Ist es hier irgendwie kalt? Ich glaube, hier sind jeweils diese Zelte... Diese Zelte hier sind jeweils aber auch Räume, glaube ich. Also hier, wo man dieses Licht anmachen kann. Ah, das ist hier sehr riskant. Da müssen wir mal gucken, wo der wirklich genau ist, weil das ist hier schwierig zu erkennen. Ich stelle ihn mal so, dass man hier einigermaßen überblicken kann. Ich mache mal kurz in der Mitte da das Licht aus, weil ich glaube, den mittleren Bereich brauchen wir dann nicht mehr. Damit wir da ein bisschen Licht überall noch anmachen können, weil sonst fliegt uns der Boyka um die Ohren. Und so ist es umso besser. Der ist hier, wo ich bin. Ich habe hier auf Atem zu bestellen gegnern lassen. Mensch, Fluffy! Sorry für die Hintergrundgeräusche. Tut mir leid. Ja, wenn es verfügbar ist, dann bauen wir da auf jeden Fall den Ghost Highway hin. Also wo ist der hier in diesem Zeitbereich hier? Okay. So, dann bauen wir hier mal den Ghost Highway auf. Salz. So, dann haben wir jetzt hier einmal eine Reihe Salz. Jetzt machen wir hier noch eine hin. So, und der Rest ist Reserve. Das packen wir dann hier hin, weil hier kommt gleich das Versteck dann hin. So, Reserve Salz. Ich habe da welche am Tor liegen lassen. Kruzi, hast du schon im Raum, ne? Ja, liegt schon. Okay, perfekt. Dann lege ich das andere da hinten ja nicht hin. Gucken, kriegen wir einen Whisper. Ist der Gast denn wirklich da? Frage ich mich da noch. Ist das schon eine Laterne? Da können wir noch eine Hirne tun. So, Laternen sind da. Dann packen wir noch eine Kamera hier hin, um das später von draußen aus zu beobachten. So. Wenn man die jetzt hier hinstellt, kann man die so drehen und, ja genau, lassen wir die mal so in der Ausgangsposition. Packen wir den hier noch hin. Da ist ein Sensor. Hier könnten wir auch einen Sensor noch hin tun. So, und dann kriegt der Gast noch ein bisschen was zu spielen. Ich glaube, die Tarotkarten haben wir auch noch nicht. Da müsste ich dann mal auch kurz loslaufen und die holen. Oh, die Falle hinter dir. Ich kann es fotografieren. Ja, hat sich schon geschissen. So. Der hat schon wieder die Laterne nicht genommen. Und die vorne auch nicht. Das ist ja komisch, dass der das nicht nimmt. Und ich glaube, ich kann es ja das Geisterfoto versuchen. Die macht da ein Geister-Event. So, wo sind die Karten? Hier? Hä? Ja, ich war gerade auf dem Weg nach draußen, um die Tarotkarten zu holen. Sie hat mir nur die Tür auf den Arsch gehauen, als ich rausging. Und jetzt war sie zu schnell. Es ist unser eine Stern-Interaktion, also dieses Game ist schon ab. Hört mal, die Aufgabe war doch Play Medium Map, ne? Ja. Ja, dann kann eigentlich Selin jetzt gleich auch die Tarotkarten direkt anfangen zu ziehen, weil dann ist es ja nicht so schlimm, ob wir den Geist erkennen oder nicht. Ich wollte gerade sagen, die Runde ist jetzt eben. Ich wollte gerade sagen, der macht es mir gerade richtig schwer mit Fotos, ey. Ja, bei einem Demon muss man eh mal so einen gezwungenen Speed-One machen. Okay, ähm, 79,81 ist unsere Sanity. Ich glaube, wenn man hier in diese Rezeption reingeht... Erstmal, dann nicht einmal das heißt, ne? Ja, vielleicht ist es ja mein Lieblingsgeist wieder. Oder der ist irgendwo anders, in einem anderen Bereich dort. Boah, warum wird es jetzt so dunkel? Diese Eye-Adaption spinnt manchmal auch. So, was habe ich gesagt? 79 bis 81. So. Erstens, was durch den Sensor war, das heißt, es ist nicht durch das. Ja, dann haben wir vielleicht den Lieblingsgeist. Das ist ja auch gut. Oh, dann sollte ich vielleicht nicht ohne Kürze irgendwo stehen. Der kann sich ja auf uns kauten. Unsere Sanity ist noch hoch genug. Es wird erst gefährlich, wenn die niedrig wird. Also, wenn das jetzt mein kleiner Bruder gewesen wäre, der hat ja das Buch irgendwo versucht, in der Ecke zu verstecken, dass es nicht auffällt, dass er eins mitgenommen hat. Ich lieg's auf die Mülltonne und ich hab das vorhin liegen lassen, weil das erst rauskam, nachdem ich schon hingelegt hatte. Ja, bei meinem kleinen Bruder ist das immer lustig, wenn er die aus Versehen mitgenommen hat, die Bücher. Ja, dann tut er die mal irgendwo verstecken, damit man's nicht merkt. Er möchte auch nicht reden mit. Liegt jetzt auf der Mülltonne. Okay, also der läuft nicht durch Salz. Er wirft nur weiter vielleicht, aber er möchte ich nicht benutzen. Also durch Salz läuft er überhaupt nicht, obwohl er durch die Sensoren da dackelt. Also den Moorhoy können wir definitiv dann auch schon mal rauswerfen. Aber wenn er eh nicht ins Salz läuft, haben wir so oder so, glaube ich, einen Waze. Anhand der ganzen... Ah, okay. Wir sind im Moment bei 65% im Durchschnitt. Sound-Sensor haben wir da, ne? Ich hab' die hier schon zu unserem Versteck gebracht. Achte, warte, ich kann ihn noch fotografieren. Ja, ihr kannst ruhig hier fotografieren kommen. Und nach dem Hand kannst du auch das Salz fotografieren. Oh, war das der Brekkie oder ein Foti? Nee, es war der Brekkie. Jin ist raus. Ah, nee, war der Brekkie. Ja, der ist ja auch raus. Ah, der Uni, der ist ja auch raus. Wir haben eine High Priest und wir können sterben. Einer kann sterben. Ja, cool. Ich hab' die Frau auf dir, die mir noch gefehlt hat. Ah, perfekt. Cool. Da kommt wieder ein Airball. Wie das immer aussieht. Der hat sich aufgelöst. Da müssen wir nur noch gucken, was wir für einen Geist hier haben. Sie macht hier ein Event. Da vorne am schwarzen Zelt. Da steht sie. Hallo, Omi. Ja, wäre schön gewesen, um das Phantom zu testen, ne? Sie stand da an dem schwarzen Zelt. Der Breaker? Oh, jetzt zerstört sie unseren Highway hier. Der Breaker ist da bei der... Wenn man durch die Rezeption durchgeht, direkt auf der anderen Seite davon. Ist das kurz wie? Okay, das Kurzi wurde einmal angeknabbert jetzt in der Zeit. Versucht sie gerade zurück zu gehen? Oh, sie steht im Sensor. Ja, und wir wollen mal in die Ecke schießen. Was ist denn da? Ich gehe mal ganz kurz nach der Sanity gucken. Ich gehe mal ganz kurz nach der Sanity gucken. Seid vorsichtig. Ihr könnt euch ja... Okay, das war's. Ich gehe mal zurück. Sie wird nicht langsamer. Sag mal, bist du ein Welfenand? Oh ja. Haben wir Glück gehabt, dass wir immer einen einfachen Geist haben. Schön. Ja, ist ein Welfenand. Hört ihr das, wie langsam sie ist? Jetzt, wo sie uns nicht mehr sieht. Definitiv weh. Glück gehabt, weil wir haben nämlich den Regen und so ein richtiger Endbossgeist hier mit dem Regen ist der Miling, weil ihr hört es ja. Man hört gar nichts. Und ein Miling so zu hören, wird sauschwer. Das ist ein Welfenand. Ich habe sie extra nah auf mich zukommen lassen, weil es hätte ja auch ein Deochen sein können. Weil der wird ja langsamer, wenn er in eure Nähe kommt. Das weiß ich nur nicht. Ich hoffe, sie bleibt in der Nähe und endet ihren Hand auch hier in der Nähe, weil mit dem Regen ist es schwer zu hören, wann der Hand endet, weil das Licht jetzt eben aus ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir Cursed Hands haben. Ich weiß jetzt nicht, was die Karten waren. Ich weiß nicht, haben wir Cursed Hands? Wir können mal vorsichtig gucken. Okay, der Lichtschalter geht, also können wir raus. Das ist ein Welfenand. Das ist ja auch unfassbar schnell geworden, als er uns gesehen hat. Ja, ja, das ist der Welfenand, wenn er einen sieht. Und wenn man sich dann versteckt, werden die ganz langsam. Daran erkennt man die immer am besten. Wir haben ja Glück gehabt mit dem Geist immerhin, dass der leicht zu erkennen war. Selbst wenn das jetzt so ein schwerer gewesen wäre, wären wir auch einfach. Dann hätten wir irgendwas geraten, wären abgauen, weil das Perfect Game hat ja nicht geklappt. Aber das können wir jetzt noch auf kleinen Maps versuchen. So, ein Welfenand. Ich meine, es ist keiner gestorben, also es ist kein kompletter Misserfolg. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.